Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Ja, in der letzten Folge haben wir einen zweiten Zug hier in dieses System eingesetzt, um mehr Profit und besseren Profit zu machen. Es schlägt sich schon auf die Zahlen nieder. In der letzten Folge haben wir 2 Millionen jetzt aufs Konto wiederbekommen, was natürlich mega geil ist, weil wir haben 10.000 Euro Schulden. Und wir werden in dieser Folge, oder in der letzten Folge haben wir auch noch 10 neue Straßenfahrzeuge gekauft hier. Und davon gehen erstmal 5, 1, 2, 3, 4, 5 an die München Bus 1 und die restlichen 5 Stück gehen an die München Bus 2. Die fahren jetzt los und fahren Richtung München, haben natürlich dahin noch erstmal eine ganz schöne Strecke vor sich, werden aber dort ordentlichen Dienst leisten können. Unsere Umschlagplätze funktionieren auch gut, die werden jetzt eine Zeit echt brauchen, bis sie da über Reffe nach München kommen. Aber die Zeit sollen sie sich nehmen. Ich würde eh später sagen, München könnte zu einem Drehkreuz auf jeden Fall werden. Es hat hier einen Anschluss, hier einen zweiten Anschluss, dritten und vierten, obwohl der würde eher nach Reffe fahren. Und ja. Aber wir haben uns schon ein bisschen ausgebreitet. Der Verkehr wird was. Was braucht eigentlich München? München braucht Holz. Das wäre natürlich eine interessante Busfahrstrecke, äh LKW-Fahrstrecke. Wir fahren 1, 2, 3, 4 zurück. Das ging eigentlich. Dann hätten wir die Produktion direkt im Haus. Bauen wir mal die Straßen, würde ich sagen, ne? Spielerei-Eigentum-Tool. Wes? Das ist doch ein mühser Latte. Hier kommt nur eine große Straße hin. Ziehen wir mal eine Straße von hier hinten. So, und die geht hier ab. Bedeutet, wir fahren hier auf, da runter und fertig. Bedeutet, hier gibt es jetzt Umschlagsplätze überall. Die wir erstmal hinbauen müssen. Dreh dich. So, perfekt. Und dann noch einen, hier unten beim Holz. Oh, fuck, das war falsch. Was ist denn hier noch? Oh, warte mal, das sollte vielleicht wieder ein bisschen tiefer. So. Und dann braucht es natürlich in der Stadt noch bei den dementsprechenden Gebäuden eine Ablieferung. Und das war ja, Werkzeug. Bedeutet, das passt eigentlich perfekt, wenn wir es hier vorne abliefern. Oh, München warten schon viele Leute auf dem Bus. Holla, die Waldfee, wo ist der Bus? Die sind da nicht mehr in den Raffern. Leute, ihr müsst noch ein bisschen warten. Es kann dauern. Wir legen jetzt eine Linie hier an. Die fängt natürlich bei Holz an. Geht von Holz hoch zur Verarbeitung. Von dort runter zum Werkzeug. Und dann runter zur Abladestation. Das ist Werkzeug für München. Werkzeug München. So. Der würde ich aber auch ordentlich Fahrzeuge schon direkt liefern. Und vielleicht eine Umfahrungsstraße noch einrichten auf die Schnelle. Denn wir könnten hier hinten anbinden und somit einen schnelleren Weg nach München gestalten. Hinten über die ländlichen Wege. Aber da bauen wir nur eine kleine Straße. Eine kleine Umfahrungsstraße, würde ich sagen, ist das. Weil wir müssen über den Berg drüber und da müssten wir da hinten lang. Langsam den Berg hoch. Das ist natürlich jetzt teuer und anstrengend. Aber dementsprechend auch praktisch wahrscheinlich, wenn wir hier hinten... Ich will auf jeden Fall keine Brücke hier hinten kriegen. So. Das gleich eine ganz kleine Brücke jetzt entstanden. Aber die ist besser als irgendwas anderes. Wir haben einen eigenen Anschluss jetzt nach hinten. Geil. Noch was Unnötiges gebaut, was einfach geil ausschaut. Jetzt gibt es gleich mal Verkehrsfahrzeuge, alle Güter. Wir geben euch gleich 10 Stück. Weil... Nehmen wir mal 15 gleich, wenn schon richtig. Und ihr geht nach... Bro... Werkzeug für München. Bin ich gefahren. Welche Strecke nehmen Sie? Bitte die neue. Bitte die neue. Das wäre cool. Jawohl. Die fahren über die Berge. 15 LKWs, die über die Berge fahren. Holla, die Waldfee. Das wird jetzt anstrengend. Ein bisschen mehr Verkehr heute in der Stadt. Tut, tut. Aber es ist notwendig. Notwendiges Übel, du. Muss sein. Aber wir machen ordentlich... Oh. Wartet schon wieder ordentlich Fleisch. Der Freund fährt schon wieder zurück. Wie schaut es aktuell mit seinen Finanzen aus? Oh, der letzte Monat war gut. Das Quartal war richtig gut. Die anderen... Ja, war noch ein Minus. Aber mittel... Oh. Ich bin erstaunt. Ähm... Wir sehen es hier wahrscheinlich. Ja, die machen natürlich noch Minus. Wie schaut der Zug... Ja, der macht noch nicht Plus. Aber er ist nah dran. Werkzeug München. Klar, der ist erst gerade gestartet. Aber die sind natürlich teuer. Aber sind... Wo sind die gerade? Da hinten. Sie kommen bald an. Es hat gedauert, aber dann sind sie da. Wir haben ein Verteilzentrum auf jeden Fall. Das ist schon mal praktisch. Besser als 3000. So. Unsere Busse. Busse. Ich finde das so geil. Die ganzen LKWs. Die trudeln jetzt dem... Die trudeln jetzt der Kutsche hinterher, weil die zu langsam ist. Natürlich, in den Kurven müssen die immer bremsen, anbremsen, rumkurven. Eie, eie, eie. Aber dafür geht es dann über eine schöne Bergstraße. Da sind sie. Die kommen aber... Ja, so weitelang haben sie es gar nicht mehr. Holz wartet schon auf die Ablieferung. Wie viel wartet denn da? 150. Die erwarten was. Oh, die sind auch gleich da. Perfekt. Weil ich glaube, dann wird das Problem, dass die Münchner Station so unrentabel ist, sich auch ausgleichen. Klar fährt jetzt der Zug schon hin. Aber in der Zukunft wird da auch viel mehr Leute wahrscheinlich ankommen, die dort was machen wollen, weil sie Werkzeuge brauchen oder sowas in der Art. Die Stadt wird außerdem auch jetzt von Lorieren anfangen, weil sie hat eine Busanbindung, eine doppelte. Und sie hat ein Werkzeug, was total produziert wird. Plus eine Zuganbindung. Was natürlich genial ist. Oh, 800.000 macht der Zug hier. Oh. Schön. Und jetzt haben wir ein geblendendes Beispiel von Timing, was unerwartet ist. Die Busse fahren drüber, während der Zug unten durchfährt. Geil. Sowas will man sehen. So, verteilt euch Leute. Einer links, einer rechts. Und dann schön in der Stadt verteilen, bitte. Jawohl. Aufteilen. Der erste Held hier schon mal. So, die sind jetzt verschieden unterwegs. Warum klinge ich? Ähm. Aber das funktioniert ganz gut eigentlich. Und ich würde sagen, das schaut ganz gut aus jetzt. Jetzt müssen bloß die... LKWs... noch kommen. Ah, die haben auch schon den Berg geschafft. Den Hügel. Die brettern jetzt alle hier runter. Ähm. Ansonsten schaut das echt ganz gut aus, würde ich sagen. Das Einzige ist halt, dass der noch unrentabel ist. Aber das liegt daran, dass der hinten zu wenig liefert. Selbst wenn wir jetzt neue Waggons anhängen würden oder sowas, würde das nicht positiv werden. Einfach aus dem Grund, weil die nicht genug, das wird sogar eher ins Minus gehen, weil wir zu viel dran bauen. Weil einfach die Ressource fehlt. Die Ressource fehlt noch und diese kommt hoffentlich bald mit den ganzen Transporten. Die Buslinie hat sich jetzt auch hoffentlich gut verteilt. Können wir mal schauen. Oh, jetzt werden auf jeden Fall viele Leute zum Busbahnhof auch marschieren. Oh ja, schaut euch das an. Alle wollen zum Bahnhof. Alle wollen Zug fahren. Und das ist natürlich hier eine Steigerung an Personal. Und es werden natürlich auch immer mehr... Hallo Fliege, wo willst du hin? Da läuft gerade eine Fliege über meinen Bildschirm. Das ist natürlich uncool. Ähm. So. Alter Wahnsinn. So viele Leute. So viele Personen. Aber ich glaube unsere Buslinie kriegt jetzt gut noch eine Kontrolle. Wie viele Leute einfach. Jetzt sind es hier schon 33. Das steigert sich jetzt einfach. Das ist halt echt... Der Bus macht so viel aus. Das ist der Wahnsinn. Das merkt man erst, wenn man einen Bus baut. Und hier ist jetzt zwar noch nichts auf der Richtung. Weil alle gleich hier eher noch Richtung... Bus... Äh... Zugbahnhof wollen. Ähm. Aber die ganzen anderen Leute hier... Nutzen den stetig. Und ich denke, da ist jetzt auch eine gute Verkehrsanbindung hier. Links, rechts sind wir die fahren. Jetzt gehen wir zu der nächstbesten Station. Das Ganze kann sich erweitern. Und jetzt kommt auch unsere LKW-Armee an. Warum der eine so einen Headstart hat, weiß ich jetzt aber auch nicht. Das ist komisch. Aber es scheint echt gut. Schau dir das an. Wahnsinn. Und die ersten fahren los. Es wird jetzt natürlich einen Anfang Rückstau geben. Aber das wird sich bald hoffentlich ändern. Ab, kommt. Das Beladen dauert jetzt. Oh Gott. Ich sehe die Beladung. Horror. Macht endlich Kohle. Macht endlich Kohle. Das sollen sie endlich mal schaffen hier. Aber das wird sich jetzt langsam auch auflösen. Weil die jetzt einen schönen Abstand nehmen. Und dann sollte ich immer eigentlich ein Fahrzeug, denke ich, plus machen. Allein bei 15 Stück. Wenn ihr die Abstände anschaut. Fährt einer hoch. Lädt ab. Der nächste kommt. Zack. Zack. Das wird dauern. Und der Abstand. Oh. Ist das jetzt ein Wien-Typ? Das ist aber kein Zug, oder? Den ich auf die Schiene setzen kann. Weil das wäre ja auch was Interessantes. Wenn die schnell sind, auf die Schiene hätte ich sitzen. Ne. Da haben wir noch unsere standardmäßigen Schiene. Das ist ja die neueste hier. Kann. Wie viel. Wie schnell fahren? 100k. Oh. Holla. Die war halt viel. Von der eine einsetzen. Kostet aber auch 3,7 Millionen. Haben wir nicht. Die 3,7. Die Liden funktionieren aber immer noch gut. Und hier allein nicht. München wird jetzt halt gleich echt ein anderes Spielzeug. München wird jetzt viel verändern. Über die Zeit. Die ersten sind natürlich auch nicht hier oben. Wie viel machen wir hier? 15.000 fürs Abliefern. Aspekt. Und natürlich, solange bald die Produktion läuft, glaube ich, kriegst du auch die Sachen gleich mit. Oder der kriegt auch jeweils gleich was mit. Eine schöne Kleinigkeit. Der hat jetzt nur zwei mitbekommen. Aber der wird jetzt auch gleich langsam so dann denken. Oh. Wo kommt denn das ganze Holz her? Hilfe. Warten die eigentlich immer noch? Stehen die noch stau? Ne. Jetzt hat sich der Stau aufgelöst. Okay. Die sind jetzt alle unterwegs. Der liefert noch nichts. Der wird Leerlauffarben. Der liefert die ersten Sachen mit. Geil. Wir sind bei 3,4 Millionen jetzt mittlerweile schon. Gebt euch diese Zahl mal. Wo bleibt denn der Zug eigentlich? Hallo? Ihr müsst ihn mal abholen. Da kommt er schon. Will jetzt eigentlich jemand nach... Oh. Jetzt wollen sie nach München auch. Jetzt haben sie Bock auf München. So schaut's aus. Destination Siegenburg. Einer. Warum fährt sie dann über München? Warum? Du bist auf dem falschen Gleis. Fahr nach Siegenburg. Dann wollen alle noch nach Siegenburg. Das ist klar. So, aber wir haben 3,5 Millionen. Jetzt können wir eigentlich dem hier ein tolles Upgrade geben. Bedeutet, wir gehen hier hin. Nein. Oh, jetzt ist eine Linie. Ich will keine Linie. Ähm. Ich wollte eigentlich hier hin. Auf Fischtransport. Dich hier ersetzen. Selber Fahrzeug, weil immer noch gut eigentlich. Nur gedeckte Güterwagen. Und damit lädt er 80. Ist kürzer. Und transportiert mehr. Und dadurch erhöht sich ja wiederum auch der Transport von Fleisch über den anderen. Was natürlich uns noch positiver bringt am Ende. Natürlich bringt der jetzt noch mehr Kohle ein. Wenn wir uns den anschauen. Von den Finanzen her ist der natürlich genial. Und das wird jetzt noch genialer. Aber natürlich. Der andere wird davon auch profitieren und es noch plus machen. Das war jetzt eine Plus-Plus-Situation, wenn man es so sehen will. Die liefern jetzt auch, glaube ich, die ersten Güter ab. Und ich weiß gar nicht, wie positiv die sind. Aber die machen ein ordentliches Plus. Ich glaube ein paar, aber nicht so, ne? Weiß nicht, wo ist es so lang. Einer fährt, fährt einer. Müssen wir halt vielleicht später die Station verschieben, weil die stehen jetzt hier an. Ungut. Echt, echt ungut. Aber Leute, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Wir waren sehr, sehr produktiv. Das Plus wird steigen ohne Ende. Und ich lasse es bis zur nächsten Folge laufen. Ich hoffe, mich hat es euch gefallen. Wenn ihr alles unten mit einem Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Outro